Das Interliving Wohnzimmer Serie 2102. Bei dem hochwertigen Wohnzimmer liegt die Faszination im Detail. Für die Front- und Rückwände werden aufwendig herzustellende Baumstammquerschnitte eingesetzt. Ein besonderes Furnier, welches dem Wohnzimmer ein unverkennbares Design verleiht. Es ist eine kontastreiche Kombination aus Weißlackmatt mit Echtholzfurnier in Ast-Eiche. Die Baumstammoptik zieht sich über die gesamte Front. Durch die individuelle Maserung wird jedes Stück zu einem Unikat. Das Interliving Wohnzimmer Serie 2102 hat viele individuelle Ausstattungsvarianten, ganz nach Ihrem Geschmack. Entscheiden Sie sich, ob Sie zum Beispiel die Ast-Eiche in hell oder dunkel wollen. Das Interliving Wohnzimmer Serie 2102 ist DGM-zertifiziert und hat volle 5 Jahre Herstellergarantie. Interliving. Möbel für mich gemacht. D Andrew! D Intro! Möbel für mich Melanie! Untertitelung des ZDF, 2020